Allahu aleyhi wa sallam, sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah, es ist mir eine großartige Ehre, euch diese, inshallah, gläubigen, hübschen Gesichter wiederzusehen. Und Alhamdulillah, wir lieben es immer wieder, diese Gesichter zu sehen. Möge Allah azu aljall euch dafür das Paradies geben und möge Allah azu aljall euch ohne Abrechnung in das Paradies eingehen lassen. Allahumma amin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, das Schöne ist, wir hatten gerade eine Konvertierung, wir haben eine neue Schwester im Islam. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird sein Licht vollenden, wenn es auch den Islam Hassan zuwider ist. Und ihr seht, was auch immer sie über den Islam berichten, wie auch immer sie gegen den Islam hetzen, was auch immer sie an Plänen schmieden, um den Islam zu bekämpfen, Allah wird sein Licht vollenden. Und Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Diese Religion ist eine siegreiche Religion. Und ich möchte, dass du weißt, oh Dina Allahs, weil ich sage dir das, in Zeiten der Fitna, wo viele Leute über den Islam reden und versuchen, den Muslimen Zweifel in ihre Herzen hereinzubringen, auf dass sie ihre Religion verlassen, ich sage dir das genau in dieser Zeit, du lebst mit der richtigen Religion. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und er hat geschrieben, festgeschrieben, das heißt, das ist eine beschlossene Sache, ich und meine Gesandten werden siegen. Das heißt, du lebst mit einer siegreichen Religion. Und diese siegreiche Religion bedeutet für dich, wenn du auf dieser Religion bleibst, das ewige Paradies. Hingegen, wenn du diese Religion verlässt oder einen Zweifel an dieser Religion hast, so wirst du niemals das Paradies riechen, sondern du kommst mit denjenigen am selben Ausgangsort. Bedeutet das ewige Feuer, die Allah subhanahu wa ta'ala nicht liebt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle davor bewahren und möge Allah subhanahu wa ta'ala diejenigen, die nach der Wahrheit suchen, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie diese nur im Islam finden lassen. Allahumma amin. Wie ihr wisst, machen wir jeden Freitag unsere Serie über Asmaullahilhusna. Die schönsten Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie immer die Frage, wie viele Namen hat Allah subhanahu wa ta'ala? Bitteschön. Ja. 99 Namen. Aber wir sagen immer, diese 99 Namen sind nicht richtig, sind nicht alle. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat genau genommen, wie viele Namen? Unendlich viele Namen. In der authentischen Überlieferung bei al-Bukhari heißt es Allah besitzt 99 der schönsten Namen. Derjenige, der diese Namen umfasst, so wird er das Paradies bekommen. Erfasst haben wir gesagt, du lernst zum einen die Namen. Al-Rahim, Al-Rahman, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Tawab und so weiter und so fort. Du lernst diese Namen und dann lernst du nicht nur diese Namen, sondern du, du lernst dessen Bedeutung. Was bedeuten diese Namen? Das ist das, was wir machen auch in den Unterrichten. Und du handelst danach. Du handelst danach. Wenn wir sagen, du handelst danach, das heißt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel Rahim ist, barmherzig ist, dann sollten wir auch barmherzig sein. Und zwar gegenüber der gesamten Schöpfung. Wenn du weißt, Allah subhanahu wa ta'ala, er ist derjenige, der in seiner Eigenschaft subhanahu wa ta'ala wissend ist, dann sollst du dir auch Wissen aneignen. Und so weiter und so fort. Und heute, bi idnillah samil alim, sprechen wir über einen wichtigen, sehr wichtigen Namen. Und deswegen muss ich heute um eure Aufmerksamkeit bitten. Nicht nur mit den Ohren, sondern vor allen Dingen mit dem Herzen. Warum? Weil viele Leute, dadurch, dass sie diesen Namen Allah subhanahu wa ta'ala nicht verstanden haben, entweder den Islam verlassen haben, oder andere Leute, die keine Muslime waren, haben sich erst gar nicht der Religion genährt. Haben sich erst gar nicht der Religion genährt. Dieser Name, über den wir heute sprechen, ist der Name Al-Hakim. Wer sagt mir, was bedeutet Al-Hakim übersetzt? Was bedeutet Al-Hakim übersetzt? Der? Der Allweiser. Der Allweiser. Das ist der Name Al-Hakim. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er ist der Allweiser. Und wie ich schon zuvor gesagt habe, weil viele diesen Namen nicht verstanden haben, sind sie in die Irre gegangen oder haben sich erst gar nicht der Wahrheit genährt. Und daher, oh Diener Allahs, solltest du wissen, alles was passiert in dieser Erde oder auf dieser Erde, wie ihr mögt, dieses passiert nur aus einem einzigen Grund. Das Wissen Allahs, azzawajal, und die Weisheit. Das Wissen Allahs, azzawajal, und die Weisheit. Wenn du verstehst, diese Namen zu kombinieren, dann Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wenn du auch manchmal keine Antwort auf deine Frage hast, so weißt du, Alhamdulillah, hinter dieser Frage gibt es eine Weisheit. Weil nur du kennst sie nicht, aber Allah, azzawajal, subhanahu wa ta'ala, er hat eine Weisheit darin gelegt. Und so seht ihr Leute, er denkt, wenn er eine Sache nicht kennt, dann gibt es sie nicht. Ich habe eine Frage an euch, oh Diener Allahs. Was ist die Hauptstadt von Togo? Ja, holt eure Google-Mappen raus. Was ist die Hauptstadt von Togo? Keiner noch? Bitte? Togo Hauptstadt. Was ist die Hauptstadt von Togo? Bitte? Togo. Ist Togo jetzt selber eine Hauptstadt? Habe ich euch etwas reingelegt? Ich will euch eins damit sagen. Wer eine Sache nicht kennt, so darf er nicht sagen, diese Sache gibt es nicht. Nur weil er sie nicht, nur weil er sie nicht kennt. Und genau das passiert. Dass du sie nicht kennst, bedeutet nicht, dass sie nicht existiert. Und wer das verstanden hat, so weiß er, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, auch wenn ich eine Frage nicht beantworten kann, auch wenn ich eine Antwort von einer Frage nicht kenne, so gibt es trotzdem eine Antwort dafür. Und ich möchte dir zunächst Freude in dein Herz hereinlegen, bevor wir richtig mit dem Namen anfangen, dass du verstehst, wer Allah subhanahu wa ta'ala ist und wie du als Gläubiger davon profitierst. So wird in einer authentischen Überlieferung von Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa adha überliefert, liebe Geschwister. Dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, istadhaq al-Nabiyu sallallahu alaihi wa sallam faqad. Eines Tages hat der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam gelacht. Und er sagte, Ich bin verwundert über die Situation von einem Gläubigen. Alles, was Allah für einen Gläubigen bestimmt hat, ist das Beste für ihn. Allahu akbar Ist das Beste für ihn. Ein Muslim macht einen Autounfall. Schlecht oder gut für ihn? Gut für ihn. Ein Muslim verliert sein gesamtes Vermögen. Schlecht oder gut für ihn? Die Frau von einem Muslim verlässt ihn. Na? Gut oder schlecht? Ja? Gut. Besonders gut manchmal. Weil manche Frauen sind schon nervig. Was hast du wieder gemacht? Alles, was im Leben von einem Muslim passiert, ist gut für ihn. Ein Muslim bleibt im Stau stecken. Gut für ihn oder schlecht? Gut. Warum? Weil dahinter gibt es was? Eine Weisheit. Und alles, was Allah bestimmt hat für diesen Gläubigen, ist gut für ihn. Nur das Problem ist bei uns, dass wir dieses Gute nicht verstehen. Und dadurch werden wir ungeduldig. Oder traurig. Oder zornig. Und bei manchen führt es dazu, dass Allah subhanahu wa ta'ala von dieser Person beschimpft wird. Möge Allah uns alle vor dem Kuffer schützen. Allahumma amin. Liebe Geschwister, es gab eine Sahabie, die mit ihrem Mann verheiratet war. Und eines Tages ist ihr kleines Kind gestorben. Als der Sahabie nach Hause kam, hat sie sich zurecht gemacht, wie eine Frau sich für ihren Mann schmückt, und hat ihn in das Ewet eingeladen. Und so hatten sie ihre Intimität. Und so fragte sie ihn, was ist deine Ansicht? Wenn Allah dir etwas vom Leben nimmt, was du liebst, hat er das Recht dazu? So sagte er ja. Und sie sagte, und wenn Allah subhanahu wa ta'ala eine Sache nimmt, ist das sein Recht? Er sagte ja. So sagte sie ihm, Allah hat heute unser Kind genockt. Hört man subhanallah die Hikmah von dieser Frau? Sie hat sich zurecht gemacht und hat ihn vorbereitet. Und trotzdem war der Mann natürlich traurig gewesen. Und wir alle lieben unsere Kinder, möge Allah azuzhal unsere Kinder alle Rechtschaffen machen. und sie davor bewahren, dass sie Kaugummis klauen vom Discounter. Sagt Amin. Na, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Ihr lacht nicht umsonst. Dann ist dieser Mann zum Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, gegangen. Und er berichtete ihn von seiner Situation. So sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, möge Allah azuzhal eure Ehe und diese Intimität heute Abend, möge Allah sie sehen. Ein Kind haben sie verloren. Allah hat ihnen sieben Kinder geschenkt, die alle den Koran auswendig konnten. Die alle den Koran auswendig konnten. Und daher, es kann sein, dass du ein Kind verlierst. Aber wer sagt dir, wie dieses Kind zu dir geworden wäre? Wenn er stirbt, dann ist das schwer für dich zu ertragen. Aber du beißt nur einmal auf deine Zähne. Aber stell dir vor, er macht dir ein Leben lang Probleme. Ist es dasselbe, dass man einmal, einmal auf seine Lippen beißt, als dass man ein ganzes Leben Probleme mit einem Kind hat? Ist es dasselbe? Natürlich nicht. Und daher, liebe Geschwister, versteht eine Sache, Allah azuzhal ist al-hakim. Heutzutage, und ich kehre wieder zurück zum Ausgang, dass ich gesagt habe, es gibt Leute, weil sie den Namen Allah azuzhal nicht kennen, al-hakim. Was passiert? Sie nähern sich erst gar nicht der Wahrheit. Einer fragt eine Frage wie, warum erschafft Allah azuzhal überhaupt die Menschen, wenn er sie dann in das Höllenfeuer eingehen lässt? Eine Frage, die gestellt wird. Warum erschafft er sie, wo er doch weiß, dass diese Leute in das Höllenfeuer hereinkommen? Warum erschafft Allah azuzhal überhaupt Leute? Erstmal wissen wir, Allah hat viele Namen. Einer der Namen Allahs ist al, was heißt der Erschaffer? Al? Al-Khaliq. Gehört es zu einem Erschaffer, das er erschafft? Natürlich. Das gehört dazu. Wenn Allah zum Beispiel im Koran über sich sagt, er ist barmherzig, muss er Menschen dann erschaffen, zu denen er barmherzig ist? Ja oder nein? Natürlich. Weil er hat für sich diesen Namen bestätigt. Wenn Allah im Koran betont, subhanahu wa ta'ala, dass er streng im Bestrafen ist, muss es Leute geben, die die Strafe Allahs verdienen? Das muss so sein. Weil das sind Dinge, über die Allah subhanahu wa ta'ala uns berichtet hat. Wo wäre der Sinn darin, dass Allah sich einen Namen gibt und es gibt letztendlich keine, keine was, keine praktische Anwendung von diesem Namen. Und daher, liebe Geschwister, diese Fragen, die wir heute hören, selbst von Muslimen. Warum hat Allah uns erschaffen? Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns im Koran, Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Das ist die Antwort auf alles. Das bedeutet, und ich möchte, dass man jetzt gut aufpasst, wenn jemand danach fragt, warum gibt es Unrecht auf dieser Welt? Warum gibt es Leid in dieser Welt? Warum gibt es sogar Kriege in dieser Welt? Warum sterben Babys in dieser Welt? Allah azza wa jal sagt, Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Das ist, warum Allah azza wa jal uns erschaffen hat, subhanahu wa ta'ala. Dann sagt Allah azza wa jal, Alladhi kholakal mauta wal hayata liyabaluakum aina mahir liyabaluakum derjenige, der den Tod und das Leben und das Leben erschaffen hat, damit er euch prüft, wer von euch die besten Taten verrichten. Was haben wir festgestellt? Allah hat uns erschaffen, damit wir ihm dienen. Nummer eins. Nummer zwei, was ist die Aufgabe von unserer Dinaschaft? Dass wir ja, aber was ist die Aufgabe? Wir haben es gerade gehört. Dass wir was machen sollen? Gute Taten verrichten sollen. Gute Taten verrichten sollen. So, diese guten Taten, die wir verrichten sollen, kann ihn jemand drehen, weil er betet gerade zur falschen Qibla, insha'le. Langsam, ja? nicht Gedeck brechen. Bedeutet, liebe Geschwister, bleibt mit mir, damit ihr das versteht, Allah wird uns das nicht einfach machen, dass wir ihm dienen, sondern er wird uns die Sache erschweren, weil das Paradies braucht, braucht Männer, braucht Leute, dessen Herz wirklich am Paradies hängt. Nicht nur einer, der sagt, ich möchte das Paradies, ich möchte das Paradies, so wie einmal, liebe Geschwister, einer in das Autohaus gegangen ist und er hat sich stundenlang einen Wagen angeschaut. Dann kam irgendwann der Verkäufer und er sagte zu ihm, begehrst du den Wagen? Er sagte, ja. Er sagte, möchtest du wirklich den Wagen? Er sagte, so gerne. Dann sagte der Verkäufer, dann bezahl den Preis. Das hat nichts nur damit zu tun, dass wir es begehren. Wir müssen auch was? Den Preis dafür bezahlen. Fahin. Diese Dunja ist ein Prüfungsort und das ist das Problem von vielen Leuten. Sie möchten diese Dunja schon zum Paradies machen. Warum gibt es Kriege? Warum gibt es Leid? Warum sterben Babys? Warum gibt es Unrecht? Weil das, was ist diese Dunja ein Einprüfungsort. Verstanden? Wenn es kein Prüfungsort wäre, wäre es was, das? Das Paradies. Da gibt es all diese Dinge nicht. Gibt es Unrecht im Paradies? Gibt es Feindschaft im Paradies? Neid im Paradies? Deine Frau wird nicht einmal leidig sein auf dich. Obwohl du vielleicht im Paradies 20 oder 50 oder 100 Hurel-Ain hast. Ich bin langsam durcheinander gekommen. Obwohl du 100 Hurel-Ain hast. Sie wird natürlich diesen Neid nicht haben. Hat sie ihn hier in der Dunja gehabt? Sie hat ihn gehabt. Und manchmal auch nicht wieder wegbekommen. Aber für uns zählt eine Sache. Der Prüfungsort dieser Welt ist nicht das Paradies. Und weil beide Leute nicht, weil die Leute das nicht voneinander unterscheiden können, sind die Ärmsten durcheinander gekommen. Und manche haben deswegen den Islam verlassen. Und sterben als etwas anderes als Muslime und werden ihre Strafe zu erwarten haben. Hätte er etwas von seiner Religion gelernt, dann wüsste er, dass diese Welt hier nur ein Prüfungsort ist. Du musst in dieser Welt mit allem rechnen. Mit was? Mit? Mit allem rechnen. Sogar, dass man dich für deinen Islam einsperrt und tötet. Damit musst du rechnen. Warum? Allah hat dir doch ein Beispiel geprägt. Frage. Omar ibn al-Khattab wie starb er? Er wurde getötet. Uthman ibn Affan wie starb er? Er wurde getötet. Ali ibn Abi Talib wie starb er? Er wurde getötet. Verstehst du nicht? Hat Allah diese Leute geliebt? Ja oder nein? Waren sie die besten nach dem Propheten sallallahu alai was salam? Warum hat Allah dann so etwas zugelassen? Wollen wir sagen, dass Allah ungerecht ist? Wollen wir sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute nicht geliebt hat? Bei Allah nein. Er hat sie geliebt und deswegen hat er ihnen so einen Ausgang gegeben. Wer versteht das? Nur einer, der sich auch im Islam auskennt. sagt sagt man subhanallah ja Allah möchte auch dass manche Leute als Schuhada sterben. Schaut mal diese großartigen Khalifen sie sind als was gestorben? Man hat sie getötet wegen ihrer Religion. Omar ibn al-Khattab wurde getötet von Abul al-Majusi das war der Perser er hat ihn getötet wegen Omar ibn al-Khattab. Hass Hass Die Khawarij haben wen getötet? Sowohl Uthman als auch Ali ibn Abidra. Welchen Tod sind diese Khalifa gestorben? Welchen Tod? Einen guten oder einen schlechten? Einen guten. Weil es muss auch Leute geben die Unrecht machen und es muss Leute geben mit denen Unrecht getan wird. Weil nochmal das ist ein Prüfungsort. Daher kommen wir nicht mit der Frage warum gibt es Kriege? Allah er liebt diese Sachen nicht. Allah liebt keine Kriege. Allah liebt kein Unrecht. Allah liebt nicht dass einem Menschen nur ein Haar gekrümpft wird. Allah liebt das nicht. Und dennoch hat er es erlaubt. Was heißt hat er es erlaubt? Allah noch mal liebt es nicht. Aber er hat den Menschen gesagt was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Und weil das ein Prüfungsort ist, so kommen die Menschen mit ihren Taten. Manche davon fürchten Allah und passen sehr genau auf was sie machen und die anderen sie fürchten Allah überhaupt nicht und tun so als ob sie keinen Herrn haben. Aber die einen werden das Paradies bekommen und die anderen werden in Jahannam selber bestraft werden. Das ist die ganze Hikma liebe Geschwister. Wer das verstanden hat, so wird er nicht mehr fragen, warum in dieser Dunia dieses und jenes existiert. Subhanallah, manche Leute sagen dir, okay, aber eine Person, Allah hat ihn erschaffen, warum hat Allah ihn erschaffen und dieser geht irgendwann in das Höllenfeuer ein oder dieser geht in das Paradies herein. Warum erschafft Allah nicht sofort die Leute und bringt sie sofort zum Beispiel in das Paradies herein? Wir sagen nein, Allah hat eine Weisheit subhanahu wa ta'ala. So sagte der Prophet in einer Überlieferung bei Imam Muslim Allah hat schon bereits niedergeschrieben, was passieren wird, von Anfang bis zum Ende, bevor er die Himmel und Erden erschaffen hat. Genauer genommen, wie viele Jahre bevor? 50.000 Jahre bevor er die Himmel und die Erde erschaffen hat, hat Allah Azza wa Jal Al-Maqadir alles niedergeschrieben, was passieren wird. Allahu Akbar. Wenn wir sehen, dass Allah Azza wa Jal schon alles niedergeschrieben hat, können wir dann eine Frage stellen, wie ja, warum kommt er ins Höllenfeuer? Das ist doch unfair. Das ist ungerecht. Wir sagen nein. Allah hat ihn nicht umsonst ins Höllenfeuer eingelassen, sondern Allah hat schon bereits niedergeschrieben, was diese Person macht und auf Basis dieses Wissens, was Allah über diese Person hat, hat dieser seinen Bestimmungsort bekommen, Paradies oder Höllenfeuer. Tatsächlich aber, hat dieser Mensch sein Leben gelebt, ja oder nein? Er hat es gelebt. Er hat sein Leben gelebt. Er hatte die Möglichkeit, das Leben von einem Gläubigen zu leben und er hatte die Möglichkeit, das Leben von einem zu leben, der nicht an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Weil er sich aber entschieden hat, das Leben von einem zu leben, der nicht an Allah glaubt, so hat Allah ihm auch Jahannam gegeben. Was wusste Allah über diese Person? Alles. Bevor schaut man in dieser Überlieferung, Allah hat alles niederschreiben lassen, alles was passiert bezüglich der Himmel und Erde 50.000 Jahre bevor er diese erschaffen hat. Bevor er diese erschaffen hat. Das heißt, alles ist niedergeschrieben. Allah wusste über jede einzelne Bewegung von uns Bescheid und das 50.000 Jahre bevor er was erschaffen hat? Himmel und Erde Allahu akbar. Was können wir sagen aus Allahu akbar? Ich will euch nur ein Beispiel geben. In welcher Zeit ist der Koran herabgesandt worden? In welcher Zeit? Der Koran, in welcher Zeit wurde er offenbart? In welcher Zeit? 23 Jahre. Richtig. Der Koran ist in Beysha Nacht herabgesandt worden? In? Leilatul Qadr. Leilatul Qadri Khayrun min Al-Fishar. Er ist in der Nacht der Bestimmung herabgesandt worden. Von wo? Von oben bis wohin? Bis zum ersten Himmel. Beyt Al-Izza. Wie Ibn Abbas radiyallahu anhu arda sagte und von dort ist er in einer Abfolge von 23 Jahren herabgesandt worden. Sind wir uns alle einig darüber, dass als bestimmte Ereignisse passiert sind, Ayat, Verse herabgesandt worden sind, ja oder nein? Schaut mal, Allah subhanah wusste schon zuvor, welches Ereignis stattfindet und er hat das Ereignis subhanahu wa ta'ala bewirkt, so dass auch diese passenden Verse herabgesandt werden. Sagt Allahu akbar. Allahu akbar. Was kannst du dazu noch sagen? Was kannst du dazu sagen? Das war alles bevor der Koran herabgesandt wurde. 50.000 Jahre bevor Himmel und Erden erschaffen worden sind, hat Allah schon alles niederschreiben lassen. Alles, dass ich jetzt hier sitze und einen Vortrag halte, ist schon niedergeschrieben worden. Dass Abdullah sich gerade mit dem Finger in seine Wange hereinpikst, Allah hat es niedergeschrieben. Allah hat schon alles niedergeschrieben. Das heißt, wenn du es mit anderen Wörtern ausgedrückt bekommen möchtest, stell dir vor, du lässt eine Videokassette oder eine DVD oder Sonstiges abspielen, das ist ja schon passiert und jetzt wird es nur noch abgespielt. Unser Leben ist schon niedergeschrieben worden, wir leben es jetzt nur noch. Da könnte man sagen, okay, aber warum soll man dann überhaupt geprüft werden in diesem Leben? Warum diese Zeit? Ich meine, Abu Bakr Siddiqu hat er viel gelitten in seinem Leben? Ja oder nein? Für den Islam? Er hat viel gelitten. hat man seine Tochter beschuldigt, Aisha radiyallahu anha, dass sie eine Zania ist? Hat man. Warum soll Abu Bakr all das erleben, was schwer ist für einen Menschen, vor allen Dingen für einen rechtschaffenen Menschen? Wir reden nicht über einen verdorbenen Menschen, der brüstet sich vielleicht noch damit. Für einen rechtschaffenen Menschen, warum soll er so ein Leben leben? Und dann erst kommt er in das Paradies? Allahu etwa. Dazu haben wir eine wunderschöne Eier. Genauso Pharaon. Pharaon hat er im Leben die Grenzen Allahs überschritten? Hat er sich als Gott gesehen? Okay. Warum konnte Pharaon das machen, was er macht? Manche Geschichtsbüster schreiben, dass er über 70.000 Kinder geschlachtet hat. Warum? Er hatte einen Traum und hat Angst gehabt, dass eines Tages einer von Banning Israel kommen wird, um ihn was zu nehmen, sein Königreich. Daraufhin hat er was mit den Jungs gemacht, er hat sie abschlachten lassen. Warum konnte Pharaon so ein übles Leben leben? Und warum musste Abu Bakr des Siddiqu zum Beispiel diese ganzen Schmerzen und Qualen im Leben erleiden? Allah sagt etwas sehr Schönes, Oh Allah und hätten wir sie vor ihm, den Propheten, das heißt, bevor Muhammad gekommen ist, hätten wir sie vor ihm durch eine Strafe vernichtet, dann hätten sie, die Menschen gesagt, unser Herr, warum schickst du uns nicht einen Gesandten? Warum? Schickst du uns nicht einen Gesandten? Wenn du schickst uns nicht einen Gesandten, dass wir deine Gebote, was du uns befohlen hast, hätten befolgen können, ehe wir gedemütigt und beschämt worden wären. Das heißt, Allah berichtet uns, wenn er sie Jaumul Qiyama abrechnet, diese Leute, und dann kommen sie und wenn er sie nach seinen Taten, wenn er diese Leute befragt, nach was, nach ihren Taten, so dass sie in das Paradies und in das Höllenfeuer sofort hereinkommen, dann sagen sie, wir sehen das nicht ein. Wir haben das Leben nicht gelebt. Einer zum Beispiel wie Firaun, wenn Allah ihn erschaffen hätte und ihn sofort in das Höllenfeuer hereingeworfen hätte, was hätte Firaun gesagt? Das ist Ungericht. Ich verdiene das nicht. Wenn Allah ihm gesagt hätte, du wirst eines Tages sagen, ich bin euer allerhöchster Herr, was hätte Firaun gesagt? Niemals. Ich bin noch nicht verrückt. Und genau deswegen, nochmal die Eier, und hätten wir sie vor ihm, dem Propheten, durch eine Strafe vernichtet, dann hätten sie gewiss gesagt, unser Herr, warum schickst du uns nicht einen Gesandten, dass wir deine Gebote hätten befolgen mögen, ehe wir gedemütigt und beschämt werden würden? Genau deswegen, dass keiner eine Ausrede hat. Es geht nur um die Ausrede. Firaun hatte keine Ausrede mehr, weil Allah hat ihn bestraft dann im Höllenfeuer, aber dieser Firaun hat sein Leben gelebt, ja oder nein? Er hat sein Leben gelernt. Hat er jetzt noch eine Ausrede? Er hat keine Ausrede mehr. Es geht nur um die Ausrede. Dass keiner mehr vor Allah eine Ausrede hat. Genauso einer, der im Paradies ist. Sagt dir Allah, wieso diese hohen Paradiesstufen für den? Und für mich diese Paradiesstufen, du hattest deine Möglichkeit. Du hattest deine Möglichkeit. Du hättest Gutes tun können, du hättest Gutes bewirken können, dann hättest du auch einen entsprechenden Paradiesplatz gehabt. Keiner wird bei Allah zu Unrecht behandelt. Sowieso diejenigen, die ins Paradies gehen, sie sind alle zufrieden. Aber wer in das Höllenfeuer geht, so wird er denken, dass ihm gegenüber Unrecht angetan worden wäre. Nein, Allah hat keinem Unrecht angetan, weil er 50.000 Jahre bevor er Himmel und Erden erschaffen hat, schon alles niedergeschrieben hat. Das heißt, keiner kann zu Allah kommen und sagen, mir wurde Unrecht angetan. Zudem, nicht nur, dass Allah alles niedergeschrieben hat, mit seinem Wissen zu dem hat Allah dich dein Leben leben lassen und mich mein Leben leben lassen, sodass wir keine Ausrede mehr haben. Heißt das, sind unsere Taten dann erzwungen? Bitte? Unsere Taten sind nicht erzwungen. Warum nicht? Weil Allah dir die Wahl gegeben hat. Du kannst den Weg der Rechtleitung beschreiten und du kannst den Weg vom Höllenfeuer. Was sagt Allah über diese Person? Wer auch immer derjenige der gibt und und fürchtet und was macht was bedeutet Sadaqa bis Husna? Naam? Glaubt an das Gute? Gute, wenn du meinst, dass er weiß, versteht, dass er eines Tages für seine Taten belohnt wird, so hast du Recht, Masha'Allah, möge Allah ihn segnen, er kennt den Tafsir von dieser Ayah, bedeutet, Allah sagt uns doch, derjenige, der nun gibt und Allah fürchtet und daran glaubt, dass er das Gute begegnen wird, so werden wir ihm die Sache leicht machen. Warum hat Allah es ihm erleichtert? Weil er an Allah geglaubt und das Gute gemacht hat. Jetzt Allah erwähnt uns eine andere Person, derjenige, der geizt und sich als unbedürftig sieht und nicht denkt, dass er zur Rechenschaft gezogen wird für seine Taten, so werden wir ihm was, die Sache leicht oder schwer machen. Das heißt, wovon hängt das ab, ob Allah uns die Taten erleichtert oder erschwert? Den Weg, den wir gehen. Allah macht es dir leicht oder er macht es dir schwer, subhanahu wa ta'ala. Warum hat Allah dann Iblis erschaffen? Iblis, wie wir wissen, hat sich aufgelehnt gegen Allah hat ihn befohlen, sich vor wem niederzuwerfen? Vor Adam hat er es gemacht, warum nicht? hochmütig geworden. Sehr gut. Er war hochmütig. Warum war er hochmütig, Mahir? Die Fragen hören nicht auf. Ich hoffe, die Antworten auch nicht. Er neidisch war. Auf wen? Auf Adam war neidisch. Und er hat sich sogar, wie gesehen, besser als Adam a.s. a.s. Deswegen hat er sich nicht niedergeboren. Was ist daraufhin passiert? Allah hat ihn aus seiner Barmherzigkeit was? Verbannt. Ab diesem Zeitpunkt hat Schätan was gemacht? Er hat versprochen, dass er die Diener Allahs alle in die Irre führen wird. Warum hat Allah Iblis erschaffen und er weiß, dass dieser ungehorsam sein wird ihm gegeben? Warum? Sehr gut. Als Probe für uns. Schaut mal. Damit Allah sieht, wer folgt Allah und wer folgt dem Schätan. Nochmal, das ist ein Prüfungsort. Schätan möchte, dass wir was trinken. Abdullah, was möchte Schätan, dass wir was trinken? Alkohol. Sehr gut. Und Allah liebt für uns, dass wir was trinken? Und Samson Wasser. Dass wir das trinken, was Halal ist. Okay? Schätan möchte, dass wir Alkohol trinken. Allah möchte für uns, dass wir nach Halal leben. Wer möchte, dass wir eine Freundin haben? Schätan möchte, dass wir eine Freundin haben. Was hat Allah uns erlaubt? Eine oder oder? 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 Trau dich. Nimm ihn auf. Kriegst heute ein paar E-Mails. Richtig. Wir dürfen kein Schweinefleisch essen. Wer möchte, dass wir Schweinefleisch essen? Schätan. Was möchte Allah, dass wir essen? Was Halal ist. Das heißt, islamisch geschlachtet worden ist. Probe. Prüfung. Sagt man, ja, aber der arme Schätan, was konnte er dafür? Er hat so einen Weg beschlossen, weil er auch im Leben nichts anderes machen konnte. Stimmt das? War Schätan immer auf diesem Weg? Auf welchem Weg war Schätan erstmal? Auf dem richtigen Weg. Er war sogar wo? Im Paradies. Als Allah gesagt hat, fachruj minha, fa'innaka rajim, wa'innak alayka la'anata ila yawm din. So geh heraus, ja Iblis, nach der richtigen Ansicht der Gelehrten, geh heraus aus ihm, aus dem Paradies. Das heißt, Schätan war nicht immer so, sondern Schätan hat selber die Wahl gehabt, ja oder nein? Schätan hat die Wahl gehabt. Er konnte und er kennt den richtigen Weg vom falschen Weg. Die Engel, haben die Engel die Wahl, den Weg zu bestimmen, den sie wollen? Sondern diese Engel sind gehorsame Diener. Sie machen alles, was Allah ihnen befohlen hat. Das bedeutet, werden sie abgerechnet? Sie werden nicht abgerechnet, wird Schätan abgerechnet. Warum? Er wusste, er hat keinen Zwang gehabt, sondern er hatte vielmehr einen Reihenwillen. Das sehen wir ja, dass er zuerst auf dem Weg der Rechtgeleiteten war und dann zum Schluss ist er in die Irre gegangen. Und daher müssen wir verstehen, dass Allah weil er uns auch einen Willen gegeben hat, dass wir selber entscheiden, ob wir den guten oder den schlechten Weg gehen. Wenn du jetzt einen von der Straße nimmst, einen Muslim, der nicht viel Ahnung über die Religion hat, du siehst zum Beispiel auf der Straße einen Ali oder einen Mahmoud oder einen Mesud oder einen Yilmaz, vielleicht auch Mesud Yilmaz, dann siehst du ihn auf der Straße und und du sagst ihm ich werde dir jetzt zwei Leute vorstellen der eine betet nicht er fastet nicht er macht nichts für die Religion er geht in die Shishawa er hat eine Freundin er sündigt den ganzen Tag er hört Musik und liebt nicht das Gute wo kommt er hin was wird er dir sagen in das Höllen er weiß das dann sagst du ihm eine andere Person dieser betet und fastet und tut den Menschen nicht Schlechtes an und er ist gut zu seinen Eltern und macht gute Taten und ist oft in der Moschee was wird er automatisch sagen wo er hinkommt ins Paradies das heißt weiß er oder weiß er nicht er hat vielleicht keine tiefgründigen Kenntnisse über Usul Fiqh über Usul Tafsir über Usul Hadith hat er nicht aber er weiß genau welcher Weg der richtig ist und welcher Weg der falsch ist und demnach hat er ein Urteilsvermögen er weiß ganz genau wohin ihn sein Weg führt deswegen siehst du auch dass Allah uns nicht alleine gelassen hat denn derjenige der dir sagt okay ich glaube nicht daran dass Allah subhanahu wa ta'ala diese ganzen Sachen für uns gemacht hat der verleugnet letztendlich dass Allah Propheten Gesandte und Bücher herabgesandt hat warum weil wenn du sagst ja diese Menschen können nichts dafür dann wozu waren die Propheten da und wozu waren die Bücher da das können wir nicht leugnen liebe Geschwister sondern vielmehr waren diese Dinge da damit wir den richtigen vom falschen Weg erkennen und wir beenden insha'Allah ta'ala mit der Weisheit warum Allah uns prüft die Weisheit warum Allah uns prüft so nennen die Gelehrten drei Punkte dazu der erste ist Al-Tamchis bedeutet Allah prüft uns ob wir überhaupt seine Prüfung bestehen möchten Allah subhanahu wa ta'ala sagt Glauben die Menschen dass wenn sie nur sagen wir glauben dass wir sie nicht prüfen werden dass wir sie nicht prüfen werden und bereits diejenigen die vor ihnen waren wurden geprüft so hat Allah gewusst wer die wahrhaftigen und wer die Lügen ist erste Stufe von der Prüfung Allah guckt ob du überhaupt diese Prüfung bestehst wenn du diese Prüfung nicht bestehst bist du durch diese Prüfung durchgeführt und entweder gibt dir Allah Zeit noch eine andere Prüfung oder er gibt dir keine Zeit das in seiner Hand subhanahu wa ta'ala das erste ist er prüft dich die zweite der zweite Punkt warum Allah uns prüft ist dass er subhanahu wa ta'ala mit uns macht er reinigt uns von den Sünden so sagte der Prophet in einer Überlieferung bei Tirmidi er sagte der Gesamte Erde herumläuft und keine einzige Sünde mehr auf dem Rücken zu tragen hat subhanallah das heißt wenn du gläubig bist lässt Allah viel in deinem Leben passieren warum lässt Allah viel in deinem Leben passieren an das was du nicht magst richtig weil er uns uns unsere Sünden vergeben möchte einer der gläubig ist er kommt nach hause er hört sein Sohn hat zum Beispiel einen Autounfall gemacht dann geht er zur Arbeit dann sagt ihm der Chef du bist gekündigt ich muss sparen in meiner Firma dann geht er weiter und fällt hin und bricht sich ein Arm viele Leute würden denken ein mieser Tag oder wir sagen nein das ist der beste Tag in deinem Leben warum was hat Allah gemacht er hat ihn er hat ihn damit Sünden vergeben Allahu akbar er hat ihn damit Sünden vergeben aber wie sehen wir das diese Prüfung als eine als eine Strafe falsch es gibt Leute die werden bestraft von Allah richtig aber nicht die Gläubigen was haben wir gesagt was der erste Punkt Allah möchte überhaupt sehen ob wir diese Prüfung bestehen zweiter Punkt mit diesen Prüfungen vergibt Allah uns unsere Sünde aber jetzt gibt es noch einen dritten Punkt liebe Geschwister und das nennen wir die Stufen im Paradies Allah möchte dir durch die Prüfung dein Paradies Platz am höchsten geben Allah möchte dir die höchsten Paradies Plätze geben so sagte der Gesandte in einer Überlieferung von Ibn Hibban er sagte in 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 Rajula la takuna la hu ind allahi al man zila fama yablugu ha bi amalin fala yazal allahu yabitalihi bima yakra hatta hatta yuballighahu iya ha Allah Allah azza wajal hat für einen jeden eine Paradiesstufe bestimmt die der Diener niemals durch seine gewöhnlichen Taten erreicht hätte und so prüft Allah ihn mit Dingen die der Diener nicht liebt damit er genau eben diese Paradiesstufe erreicht Allahu akbar Allahu akbar du würdest niemals deine Paradiesstufe erreichen hättest du nicht diese Prüfung im Leben gehabt deswegen sagt al-hasan al-basri rahim allah ta'ala law la 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 liest wären diese Prüfung nicht in der dunya würden wir mit leeren Händen zu Allah zurückkehren würden wir mit leeren Händen und was uns tatsächlich volle Hände bereitet sind diese Prüfung je mehr Allah uns geprüft hat und vorausgesetzt wir haben diese Prüfung bestanden umso mehr hat Allah uns von unseren Sünden vergeben und nicht nur die Sünden vergeben sondern irgendwann wird ja eine Person so lange geprüft zum Beispiel Ayyub wie lange wurde er geprüft wie viele Jahre wurde Ayyub geprüft bitteschön 18 Jahre wer so lange geprüft wird irgendwann gibt es ja keine Sünden aber worum ging es bei Ayyub Worum ging es bei ihm um die Paradies Verstehst du wenn du sagst ich wurde so viel geprüft irgendwann müssen doch meine Sünden alle gelöscht sein wir sagen ja wenn das so der Fall ist wir wissen das nicht wie viele Sünden wir haben möge Allah uns vergeben so wird nach der Sünden Löschung was passieren dass wir nur noch die höchsten Paradies Plätze bekommen auch dafür müssen wir geprüft die Weisheit hinter der Prüfung erstens Allah will sehen ob du überhaupt die Prüfung bestehst zweitens Allah reinigt dich mit dieser Prüfung von den Sünden und drittens Allah wird dir die höchsten Paradies Plätze dafür geben nach all dem wundere ich mich dass wir traurig sind dass wir geprüft werden eigentlich was bedeutet das wenn wir nicht geprüft werden im Umkehrschluss nachdem wir das alles gehört haben wir sollten uns nochmal mit uns selbst beschäftigen wenn die Sahaba einen Tag nicht geprüft wurden haben sie sich Sorgen gemacht Sorgen gemacht und passt auf die Prüfung ist nicht nur mit Schlechten sondern auch mit Gutem wir werden euch prüfen mit Schlechtem und mit Gutem und zu uns kehrt ihr zurück und denke nicht dass die Prüfung mit Gutem leicht ist nein das ist eben die schwere Prüfung sagt wir wurden geprüft mit schwerem so sind wir durchgefallen durch die Prüfung aber so haben wir Geduld gezeigt aber als wir mit dem guten geprüft wurden sind wir durchgefallen weil wer kommt darauf dass das Gute eine Prüfung mal angenommen du kriegst jetzt von irgendwo her viel Geld Prüfung ja oder nein das ist eine Prüfung aber eine Prüfung mit dem äußerlich mit dem guten aber hier zu bestehen da musst du dich ebenfalls beweisen du findest eine Frau diese Frau ist auch deine Prüfung du bekommst ein Kind dieses Kind ist deine Prüfung die Prüfung ist auch mit dem guten nicht nur mit dem schlechten Möge Allah uns jede Prüfung bestehen lassen uns Geduld geben und Möge Allah uns nicht den Kuffer in dem Herzen hereinlegen auf das wir undankbar sind gegenüber seinen Gnaden habe ich etwas Gutes gesagt ist es von Allah habe ich etwas Schlechtes gesagt ist es von mir und von lieb liebe Geschwister wir haben jetzt eine Konvertierung und dann inshallah Tad an